Moin Moin Seacross Freunde, willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und wir haben Geburtstag. Ich habe es bereits gestern in der Flaschenpost angekündigt, wir werden in der kommenden Woche zwei Jahre alt. Und zwar von heute an quasi bis zum dritten dritten. Irgendwann da werden wir zwei Jahre alt. Und wir möchten mit euch gemeinsam feiern und veranstalten dafür ein Giveaway für euch. Und zwar ist es ein Giveaway, das für alle unsere Zuschauer verfügbar ist. Und halt nicht nur für diejenigen, die beim Livestream zuschauen oder nur für diejenigen, die bei YouTube die Videos klicken, sondern für euch alle, die eben dann da sind. Und zwar findet dieses Giveaway statt von jetzt gerade, wo ihr dieses Video hier schaut, mit mir gemeinsam sozusagen. Also ihr könnt direkt nach dem Video unten die Regeln dann einhalten, die ich euch gleich am Ende erzählen werde. Und diese Giveaway geht bis zum dritten dritten zwölf Uhr. Da werden wir es dann auflösen. Was könnt ihr denn gewinnen? Und zwar gibt es für den ersten Platz 50 Euro Gutschein aus dem Wargaming Store und zwar für ein einziges Paket. Für den zweiten Platz einen Gutschein für 20 Euro sozusagen und für den dritten Platz einen Gutschein für 10 Euro, weil ihr euch da draußen aussuchen könnt, was ihr denn gewinnen möchtet. Also ihr könnt also Dublonen auswählen, ihr könnt Premium-Spielzeit auswählen, ihr könnt Schiffe auswählen. Alles, was es im Wargaming Store gibt, solange es den Gesamtbetrag hier nicht für den jeweiligen Platz überschreitet, den ihr dann belegen könnt. Und ja, noch eine Sache gilt für ein Paket. Das heißt nicht, dass ich dreimal 2000 Dublonen kaufe oder 2000 Dublonen, 30 Tage Premium-Spielzeit und noch ein Schiff oder irgendwie sowas. Ihr dürft euch ein Paket aussuchen. Wenn es also ein Kombi-Paket ist, wo Dublonen, Credits und Premium-Spielzeit zusammen drin sind, ist das kein Problem. Ich mache einen Klick, ich bezahle einmal und dann kriegt ihr dieses Paket zugestellt. Darum geht es. Also ein einziges Paket kann es sein oder ein Einzelgegenstand, wie auch immer man das dann nennen möchte. Und jetzt kommen wir dann zu den Regeln, die ihr einhalten müsst. Ist ganz einfach. Ihr kennt die ganzen Geschichten mit den Giveaways. Von daher haben wir es auch wieder so einfach wie möglich gehalten. Ihr kommentiert mit eurem World of Warships Ingame-Namen und zwar vom EU-Server. Ja, wir können nur EU-Server berücksichtigen. Dann müssen in den Kommentaren, die ihr unter diesem Video setzt, natürlich eure drei Wünsche erklärt sein. Was wünscht ihr euch für den ersten Platz? Was für den zweiten? Was für den dritten? Dann freue ich mich natürlich immer, das ist aber additional und zusätzlich, wenn ihr uns irgendwie einfach da lasst, warum ihr euch das vielleicht wünscht. Oder keine Ahnung, irgendwelche Glückwünsche, wenn ihr denn möchtet. All so eine Sachen einfach mal erzählen. Wie habt ihr uns vielleicht damals gefunden? Warum schaut ihr uns? Oder irgendwie sowas, was ihr gerne möchtet. Wenn ihr Zeit habt, ich lese mir diese Kommentare in der Regel alle durch. Und ich freue mich darüber immer, wenn Kommentare von euch gibt, ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht. Aber es ist wirklich so, ich sitze in der Bahn und lese diesen Artikel das eine oder andere Mal immer. Man hat natürlich auch Nachrichtenartikel, die man liest, damit man das in der Flaschenpost damit einbaut und so weiter. Aber ich nehme immer wieder Zeit für euch und freue mich immer, wenn ihr mir ein bisschen was da lasst, sozusagen. Dann bitte ich euch natürlich sehr höflich darum, abonniert unseren Kanal, lasst Daumen nach oben da, das mit dem Commentpicker und so weiter. Das funktioniert bei mir nur dann, wenn ihr auch eingetragen seid. Und deswegen bitte ich euch recht freundlich darum, dass ihr unseren Kanal abonniert, uns sogar weiterempfehlt. Und wenn es euch gefällt hier, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Dann gibt es natürlich die Auslosung und zwar am 03.03.2019 wird es ein Video auf diesem Kanal geben, wo ich alle drei Gewinner ziehen werde und euch dann quasi benachrichtige, indem ihr dann das Video schaut. Ich werde dieses Video, genauso wie das Auslosungsvideo, dann natürlich bei Facebook, bei Twitter posten. Und es wird natürlich, wenn ihr hier den Kanal abonniert habt und auf die Glocke drückt, dann bekommt ihr sowieso automatisch eine Push-Benachrichtigung auf eurem Handy zum Beispiel. Ey, da ist wieder ein neues Video von Seacrowls und dann könnt ihr da reinschauen. Achtet bitte darauf, dass ihr eure Wünsche jederzeit noch ändern könnt, bis zu dieser Auslosung am 03.03. Aber postet nicht doppelt. Keine Doppelposts, die werden nämlich gelöscht. Doppelposts werde ich löschen, respektive der Commentpicker wird Doppelposts einfach rausfiltern. Und dann kann es passieren, dass der Doppelpost rausgefiltert wird, wo ihr eigentlich nur eine Wunschänderung habt oder so eine Sache. Ihr könnt eure Kommentare bearbeiten, einfach hinscrollen, rechtsklicken oder raufklicken, Kontextmenü bearbeiten auswählen. Und dann könnt ihr eure Wünsche die ganze nächste Woche nochmal überarbeiten. Wenn jetzt am Freitag ein schönes Schiff rauskommt und ihr es zum Beispiel haben wollt für Platz 1, dann ist das da also möglich. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg, ganz, ganz viel Spaß. Vergesst nicht, wir haben die ganze Woche Aktionen für euch. Wir haben heute Abend schon einen Livestream ab 20 Uhr mit KPM zusammen. Wir werden auch nächste Woche Dienstag und die Woche am Samstag darauf wieder einen Livestream haben. In den Livestreams gibt es vielleicht auch noch etwas. Ich denke, das ist Hinweis genug. Also von daher, seid dabei, abonniert unseren Kanal, erzählt vor allen Dingen auch weiter, wenn euch unser Kanal gefällt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also, bis dahin, euer Seacrotz-Team, euer Maha und feiert schön. Bätestens heute Abend um 20 Uhr mit uns gemeinsam. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Seacrotz.